Ein freier Körper in der freien Natur. Ein Bild, das typisch ist für das Werk Otto Müllers. Es erzählt von seiner tiefen Sehnsucht nach einem ursprünglichen und einfachen Leben. Wie bei anderen expressionistischen Malern ist die Natur bei ihm nicht nur Kulisse, sondern selbst Objekt der Kunst. Die Schau im Ravensburger Kunstmuseum zeigt verschiedene Facetten von Otto Müllers Werk, zum Beispiel diese Holzschnitte. Arbeiten, die stark von der Künstlervereinigung die Brücke geprägt waren, in der er Mitglied war. Otto Müller hier mit seinem Vater stammte aus Schlesien, aber zu Hause fühlte er sich dort nicht. Ständig auf der Suche nach einer Heimat entdeckte er die Orte und Menschen des Balkans. Die Sinti und Roma, das fahrende Volk, faszinierten Müller. In seinen Lithographien wollte er zeigen, wie sie leben und fühlen. Als Vorlagen für seine Gemälde machte Müller Fotos. Seine eigenen Aufnahmen sind nicht erhalten, die Ausstellung zeigt ähnliche Motive von damals. Otto Müllers Bilder von Sinti und Roma sollten dem Betrachter eine Minderheit nahe bringen. Und damit ist sein Werk heute aktueller denn je.